H-h-hallo? Ja, wir spielen heute alle gegen einen. Verdammt, Mann, ich bin nicht der Große. Rosa, ne? Ja, das ist mein Router. Verdammt! Nein, der Prima! Nein! Oh, Leute, ich hab meinen Oldie. Das macht doch nicht mehr. Alter! Verdammt, ich bin nicht nah genug an dem Drahen. Yay, er ist weg. Alter. Jetzt schützt das Opening hier mit zwei Truhen. Alter, voller. So, komm. Ah, Markenverdoppler. So, dann nehmen wir nochmal die restlichen Tickets. Diesmal spielen wir gegen eine Shelly. Shelly? Wo ist sie? Hier. Damn, oh nein! So ist sie nie da, wo ich bin. Kann sie eigentlich auch ihre Ulti aufwarten? Wisst ja, ne? Let's do this! Ah, okay. Ist aber weg. Eine Ewigkeit später. Komm. Komm! Wieso will der von mir weg? Nein! Nein! Oh, Colt. Schießt mich in die falsche Richtung. Nein! 1.000 Leben! Moment! Oh ja, ich hab ihn geholt. Heißt, ich bin Starspieler? Oh, es gibt keinen Starspieler. Wursch! Oh, fast noch 2.000. Oh mein Gott, ich bin jetzt Gems. Das tut gut. So, noch 8 Gems, bis ich mir hier... Wo ist sie? Panda in die Lack holen kann. Die will ich unbedingt haben. Holy shit! 30 Gems sind 2,30 Euro wert? Alter. Okay, am meisten stellen. Das ist super, das ist ja wirklich ein bisschen Geld geil. So Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Falls nicht, könnt ihr natürlich auch gerne einen Daumen nach unten geben. Aber schreibt mir doch bitte in die Kommentare, was ich falsch gemacht habe, damit ich mich verbessern kann. Ich hoffe, wir sehen uns dann bei einer weiteren Runde Brawl Stars oder Fortnite Creative. Oder einer weiteren Minecraft Mod Vorstellung wieder. Und ja, tschüss!